Ich könnte Hilfe gebrauchen. Wie viel brauchst du? 231. Wie viel ist mit mir? Gehen wir jetzt rein, gehört's uns. Du bist mein Bruder, ich liebe dich. Habe ich dich je irgendwo reingezogen und hängen lassen? Stopp! Ein angeschossener Kopf. Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen. Ich will zurück zu meiner Vor- und meinem Such. Wir sind nicht die bösen Jungs. Wir sind nur die Jungs, die nach Hause wollen. Ambulance. Nur im Kino.